hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es endlich den lesemonat aus dem monat august für euch und insgesamt wurden es 1 2 3 4 5 6 bücher die ich euch heute natürlich alle vorstellen möchte ich starte einfach mal direkt mit dem ersten dass ich als buddy read gelesen habe und ich muss sagen wir hatten echt so viel spaß wie lange nicht mehr blackbird academy 2 war das ganze nämlich und das habe ich mit annika und mit jesse zusammen gelesen wir hatten uns eingeteilt jeden tag einfach so drei kapitel zu lesen außer ein kapitel hat das man nur so drei vier seiten gehabt dann haben wir auch vier gelesen also so war der plan aber jedes mal wenn wir mit den drei kapiteln durch waren oder vier dann kann man irgendeiner von uns um die ecke und hat gesagt sollen wir vielleicht noch ein zwei dranhängen und ja dann war irgendwie schneller durch als gedacht aber um was geht es in der reihe fürchte das licht ist der zweite band der blackbird academy reihe es wird insgesamt eine trilogie wenn ich das richtig weiß und es geht um lief die von einem dämonen im ersten band getötet wird und dieser nistet sich dann in ihr ein quasi und normalerweise wenn der dämon den körper verlässt dann stirbt diese person aber lief hatte irgendwie obwohl der dämon in ihr war kontrolle über ihr denken und konnte auch die kontrolle ihre über ihren körper übernehmen ich spoiler da auch nicht das steht auch im klatten text zu band 1 und ja dann wird sie von den exorzisten quasi unter die fettische genommen und soll zur exorzisten ausgebildet werden weil diese fähigkeit doch sehr ungewöhnlich ist und hier haben wir eben den zweiten band wo es dann mit lief und falco dem exorzisten und dem dämon lore weitergeht und lore ist einfach so ein genialer charakter ich bin oder wir waren uns einig dass wir alle team lore sind und ja wenn ihr super natural geschaut habt dann fühlt ihr ungefähr den vibe den diese reihe versprüht also es hat wirklich ganz ganz oft mich so an super natural erinnert aber trotzdem ist es noch mal komplett anders ich bin ein großer fan ich freue mich auch schon unheimlich auf den dritten band den ersten habe ich mir ja in der sonderedition als hardcover geholt und bin im nachhinein auch sehr froh drum weil ich habe zwar band 2 und auch band 1 mit diesem original farbschnitt der auch echt sehr sehr schön ist das problem ist aber dass hier eine ein fehl druck passiert ist also die erste auflage ist ausgesehen ich glaube mit dem bücherbüchse sonderschnitt gedruckt worden und dann hieß es ja wir verkaufen es dann eben mit dem natürlich wollen die leute aber den passen zu band 1 haben dann haben sie doch dann sich entschieden dass sie hier alles an sonderdruck abfräsen und den originalen noch mal drauf machen hat natürlich zur folge dass band 2 ein ticken kleiner ist und schmaler ist als band 1 und da gehen meine zwänge auch schon wieder mit mir durch deshalb bin ich ganz froh dass ich zu band 1 die hat cover ausgabe gekauft habe und das werde ich bei band 2 eben auch nachträglich noch tun dann habe ich tatsächlich noch einen weiteren body read gelesen und das war seit langem wirklich noch mal das erste mal dass ich mich auf sowas eingelassen habe früher habe ich echt jeden monat mindestens einmal ein body read mit tatiana gemacht irgendwie hat sich das so bisschen im sand verlaufen ich muss dann noch mal vielleicht ein bisschen aktiver werden ja aber das nächste buch habe ich zusammen mit evie und lu gelesen fast parallel zu blackbird academy tempest of tea wir haben es nämlich alle drei am gleichen tag gekauft und ich habe ja schon mal angeteasert dass es mir nicht gefallen hat und da waren wir uns in der gruppe auch im kollektiv einig so wie wir bei selas buch im kollektiv gesagt haben mega haben wir hier gesagt es sollte eigentlich laut klappentext um dieses teehaus gehen und um eine verschwörung und irgendwie ja halt viel viel mehr um das miteinander und dieses vorgehen in dies oder diesen geschehen sind im teehaus aber letztendlich hatten wir hier einfach nur eine protagonistin arti die jeden um sich herum manipuliert hat irgendwie immer sich selbst die nächste war alles nur so gemacht hat wie es ihr beliebt hat also ich fand sie sehr sehr unsympathisch und so ging es den anderen mädels eben auch ja sie mussten verschiedene aufgaben lösen und sich in gebäude schleichen und irgendwie hatte sie immer so den weg des geringsten widerstandes und hat ja die menschen um sich herum einfach benutzt es wird eine große verbindung zwischen ihrem sie zwischen ari und ihrem bruder jinn angeteasert und das habe ich irgendwie so gar nicht gefühlt irgendwie ja hatte ich das gefühl sie nutzt ihn einfach dann wenn sie ihn braucht und ansonsten kann er tun lassen was er will soll ihr bitte nicht auf den keks gehen und auch die ganzen love stories zwischendurch habe ich alle tatsächlich auch nicht gefühlt was ich allerdings sehr 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 gefühlt habe war das nächste buch und ich bin auch sehr froh dass es ein weiteres self publisher buch in mein lesejahr bzw meinen lesemonat geschafft hat ice ice daisy a packing fake date story von der lieben annie thorne ich habe es von der ersten bis zur letzten seite gefühlt es hat auch einen super schönen buchsschnitt daisy ist ja übersetzt gänseblümchen und natürlich mussten die auch drauf und hier oben ist noch das logo des oder so rum meinten sie doch so rum des ice hockey vereins in dem unser protagonist nämlich spielt er spielt bei den esten oder esten beavers und ist da verteidiger zusammen mit dem bruder der protagonistin die madison heißt aber die meisten sagen maddie beziehungsweise er sagt immer daisy zu ihr weil sie auf ihre hose immer gänseblümchen gestickt hat das ist so ihr anker das hat auch einen bestimmten grund den ich euch natürlich nicht verrate und die beiden streiten sich öffentlich auf dem eis als sie gerade auf instagram live ist und sie tritt ihm zwischen die beine und er akzeptiert irgendwie kein nein und damit wird halt ein riesen shitstorm losgetreten und um das ganze irgendwie zu retten inszenieren die beide eine scheinverlobung und wie es natürlich dann so kommt verlieben sie sich natürlich trotzdem ineinander aber haben dann eben sehr 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 viele andere probleme die gelöst werden also man merkt schon sie kommen sehr sehr schnell zusammen finden sich sehr schnell aber dann tauchen einfach andere probleme auf die beiden liefern sich auch immer wunderbare schlag ab tausche und ich habe es sehr gefeiert natürlich muss der hund jetzt wieder aufstehen es ist jedes mal das gleiche wenn ich drehe ja hat sie mich ein bisschen rausgebracht ja sie meddy ist sehr sehr schlagfertig aber auf der anderen seite auch sehr sehr sensibel manchmal und das war auch so der einzige kritikpunkt war es eben so dass sie sehr scheu reagiert hat um dann im nächsten moment total umzuswitchen und dann total taff und selbstbewusst zu sein da war mir manchmal der übergang ein bisschen zu fliegend und das hat man nicht so kommen sehen woher dieser plötzliche selbstbewusstseinsschub auf einmal kommt aber ja ansonsten habe ich das buch sehr sehr gerne gelesen also für eishockey fans auf jeden fall ein klares muss oder fans von eishockey romans und wenn wir gerade bei romans sind dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten buch das aus dem hause kiss zu mir gekommen ist 12 months of romans das ist eine anthologie die der kiss verlag jetzt herausgebracht hat mit zwölf wunderbaren kurzgeschichten von ganz ganz vielen wunderbaren autoren und autorinnen zum beispiel franzi kopka was mich sehr gefreut hat kira mohn deren geschichte ich am liebsten mochte die war nämlich im oktober und hieß einfach und wer den oktober mal so rüber sehen lässt oder wer mal an den oktober denkt der denkt an halloween und genau diesen vibe hatte diese geschichte auch die geschichte im februar hatte zum beispiel valentinstags vibes die sommerlichen geschichten hatten sommer vibes genau so sind diese kurzgeschichten aufgebaut und ich habe es super super gerne gelesen es gab natürlich welche die haben mir besser gefallen es gab welche die haben mir nicht so gut gefallen aber das ist ja an für sich geschmackssache es kommt ja auch immer darauf an ob man den schreibstil eines autorin oder einer autorin mag ob man den geschichten aufbauen mag ich meinen kurzgeschichten lässt sich nicht so viel emotionen rüberbringen oder so viel entwicklung hervorrufen wie in einem 4 500 seiten buch aber ich habe es gern gelesen und hatte sehr viel spaß mit dem buch das nächste buch hat leider leider trotz dass es ein rezensionsexemplar ist sehr lange auf meinem sub gelegen irgendwie ist es immer nach hinten gerutscht und ich habe es einfach nicht mehr auf dem schirm gehabt es zu lesen obwohl es auch hier in meinem bücherwagen stehen hatte normalerweise liegen da auch die rezensionsexemplare immer zusammen aber mein book journal hat drauf gelegen und deshalb habe ich irgendwie die ganze zeit nicht gesehen habe jetzt auch etwas verspätet die rezension eingereicht ich meine es war noch im rahmen aber man setzt sich selbst so fristen wann man gerne etwas erledigt hätte und ja irgendwie ich habe es total vergessen und im nachhinein denke ich so ja warum es ist so ein tolles buch gelesen gewesen writers of the lost heart heißt das ganze wie man schon am cover sieht hat es so bisschen ausgrabens und indiana jones lara croft vibes und genau darum geht es auch also nicht um lara croft und indiana jones auch wenn die beiden öfter erwähnt werden weil die hauptcharaktere ihnen doch sehr ähnlich sind und ich denke darauf sollte es auch so ein bisschen abzielen aber ja wir wir spielen die geschichte spielt in mexiko in einer ausgrabungsstätte also zumindest der größte teil 95 prozent des buches und wir begleiten unsere buchanäste protagonistin ich kann nicht reden corey und er heißt fort glaube ich lustigerweise wie harrison fort der indiana jones spielt aber er heißt mit vornamen fort und ja harrison hat ja das als nachnamen fand ich trotzdem sehr sehr witzig die beiden können sich eigentlich gar nicht so gut leiden und müssen notgedrungen miteinander arbeiten als es hat so ein bisschen enemies to lovers vibes aber ganz so schlimm ist es nicht denn sie merken ganz schnell dass sie doch relativ gleich ticken und besonders corey hält mit nichts hinterm berg und haut alle ihre gedanken unverblümt raus damit muss er erst mal klar kommen und ja sie macht ihnen das ein oder andere mal sehr sehr sprachlos ich fand jetzt nicht dass die geschichte so extrem viel tiefgang hatte ja es geht um eine ausgrabung und es geht auch um die art und weise wie das gehandhabt wird und es gibt natürlich auch ein paar probleme und es gibt auch ein paar intrigen aber insgesamt ja war dieses drumherum und der schlagabtausch zwischen den protagonisten so mein haupt ding das mir gefallen hat ich finde das buch hat mit seinen 400 seiten manche szenen doch ein bisschen ausgeschlachtet und in die länge gezogen die hätten kürzer sein können also hätte das buch nur 350 seiten hat hätte die geschichte auch drauf gepasst es gab halt jetzt nicht so die enorme tiefe sage ich jetzt mal ich habe dem ganzen trotzdem vier sterne geben weil ich sehr sehr gut entertaint war und darum geht es mir ja in meinem lesen oder bei meinem hobby des lesens eigentlich und es muss nicht immer ein buch sein das extrem mir das herz zerreißt oder an das ich jetzt noch wochen lang denke manchmal reicht auch einfach dass man spaß beim lesen hat und dann kommen wir last but not least zum letzten buch das ich im august gelesen habe also es war nicht das letzte buch aber es war das letzte buch das ich euch heute vorstellen möchte und war tatsächlich auch mein monats highlight es ist ein buch das gar nicht so in meiner komfortzone liegt also es ist kein new adult kein romans aber auch kein fantasy romantisch es ist eher so true crime oder allgemein crime mäßig und ein bisschen ja auf jüngere leser auch abgezielt ich spreche von a good girls guide to murder ich habe das ganze angefangen in meinem urlaub in holland und saß dann auf unserem hausboot und habe dann ja seite um seite verschlungen bis das licht dann fast weg war und ich meine kleine kerze anmachen musste und dann wird es anstrengend und ich hatte glaube ich am schluss noch so keine ahnung ich würde es mal behaupten so ein viertel vom buch übrig nach den drei tagen und habe dann tatsächlich weil ich unbedingt wissen wollte wie es weitergeht und nicht bis deutschland warten konnte mir noch das hörbuch runtergeladen und habe dann das restliche auf der heimfahrt das restliche buch auf der heimfahrt als hörbuch gehört als maler dann endlich hinten drin geschlafen hat aber um was geht es in dem buch vor einigen jahren ich glaube vor fünf jahren ja genau vor fünf jahren wurde die schülerin andy bell ermordet und alles hat auf ihren ex freund hingedeutet der einen brief oder der eine nachricht geschickt hat an ich glaube seinen vater es tut mir leid ich war es und hat sich dann umgebracht die ganze stadt glaubt natürlich daran dass es auch so war und fall erledigt aber dann begleiten wir protagonistin pippa die für ein schulprojekt halt den fall noch mal aufrollt und irgendwie sagt ich glaube nicht dass er es war und sie erforscht auf eigene faust um eben ihr schulprojekt interessant zu gestalten und stößt auf dinge die die polizei nicht entdeckt hat und kriegt dann auch morddrohungen und allgemeindrohungen es sein zu lassen nicht weiter zu graben und natürlich tut sie das trotzdem und da hat sie auch noch einen besonderen helfer nämlich den bruder des angeblichen mörders eine sehr wilde kombi und ja überall wo sie hinkommen stoßen sie eben dank ihm auf negativität man weiß ja wie das in so einer kleinen stadt ist da passiert irgendwas jemand ist angeblich daran schuld und die ganze familie wird gemieden als ob sie ja die pest hätte ich war auf jeden fall sehr gepackt von dem ganzen habe mir auch direkt band 2 und 3 bestellt und dann hat mir die lieben maren noch verraten dass es dazu eine serie gibt dass das ganze jetzt gerade frisch verfilmt wurde beziehungsweise findet ihr das in der zdf mediathek ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt obwohl ich es in meinem krankenschein eigentlich machen wollte aber ja habe es irgendwie vergessen und bin gespannt wie das ganze medial umgesetzt wurde habe mir jetzt wie gesagt auch band 2 und 3 bestellt bei rebuy um dann zu sehen dass da demnächst ich glaube im oktober zu allen drei büchern eine hardcover sonderedition rauskommt und ich gehe davon aus dass ich meine gebrauchten sehr viel zerflatterten paperbacks dann auch gegen diese hardcover austauschen werde ihr lieben das waren alle bücher die ich im august gelesen habe sechs stück an der zahl waren es ich werde sie euch wie immer unten in die infobox packen da findet ihr den link zu amazon und zu talia sind wie immer affiliate links das heißt wenn ihr darüber etwas kauft dann kriege ich eine kleine verkaufsprovision und das war es jetzt von mir ich wünsche euch einen wundervollen tag und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss